Na hallo liebe Brony-Community hier spricht Kaji und ich habe mal eine Kleinigkeit vorbereitet, nachdem ich heute morgen irgendwann gelesen hab dass Viking is Magic geleakt ist wer auch immer es geleakt hat, böse böse natürlich hab ich das trotzdem erstmal schön ausgenutzt und das ganze auf meinen wunderschönen Arcade-Automaten aufgespielt Applejack hat Segen gegeben, alles ist okay und ähm ja, ich werd das jetzt mal einfach starten und ähm läuft auch soweit ganz gut leider nur Versus-Modus, das heißt man kann nicht wirklich gegen Krupa spielen ähm ah, was ich eigentlich zeigen wollte, was in den ganzen Livestreams nicht wirklich gut zur Geltung bekommen ist und ähm irgendwie äh äh ist das Spiel wirklich sehr flüssig neu, also mit guten 60 Frames pro Sekunde, könnte man sagen wird sich auf dem Automaten daher auch sehr gut spielen war von der Konfiguration her ein bisschen schwer alles einzurichten aber so und jetzt funktioniert alles und ich freu mich schon aufs Wochenende, was jetzt ansteht, wo ein paar Kollegen vorbeikommen und das hier erstmal ausgiebig gezockt wird aber so einhändig Spiel schwer na, das stimmt nichts aber oder oder Ja, soviel zu dem Spiel, und, äh, da wird's auch herunter. Der Download-Link für alle, die Interesse haben, ist in den Comments, und ja, viel Spaß! Und, Burpee!